Mein Tag. Ich stehe früh auf. Ich mache morgen Gymnastik. Ich esse Marmeladenbrot, Käse und Wurst und trinke Tee zum Frühstück. Dann gehe ich zur Schule. Die erste Stunde ist Deutsch. Wir übersetzen einige Dialoge, besprechen die neuen Wörter und lesen einen Text. Die zweite Stunde ist Englisch. Wir schreiben ein Diktat, dann kontrollieren wir die Hausaufgabe. Zum Schluss lesen wir den Text über den Beinkalsee. Danach haben wir eine Mittagspause und gehen in die Kantine. Die dritte Stunde ist Mate. Wir rechnen, multiplizieren und schreiben einen Test. Die vierte Stunde ist Sport. Wir spielen Fußball oder Volleyball. Die letzte Stunde ist Russisch. Wir hören den Text über einen Hund. Und danach schreiben wir einen Aufsatz. Dann ist der Unterricht zu Ende. Heute ist Samstag und ich muss keine Hausaufgabe machen. Deshalb gehe ich mit meiner besten Freundin Lisa ins Kino. Doch das macht Spaß, mit Lisa ins Kino zu gehen. Sie ist sehr freundlich und ehrlich. Am Abend muss ich nach Hause gehen. Der Tag war wunderbar. Es war richtig viel los.